Elton John trägt bei einer Premiere seine eigene Kniescheibe als Kette und sorgt damit für Aufsehen, ein skurriles, persönliches Accessoire. Skurrile Accessoires und ausgefallene Modestücke haben bei prominenten Traditionen, doch Elton John, 77, setzt dem Ganzen jetzt die Krone auf. Der britische Popstar sorgte bei der Premiere des Films Never Too Late beim BFI London Film Festival für große Augen, als er mit einem mehr als ungewöhnlichen Schmuckstück auftauchte, um seinen Hals baumelte tatsächlich seine eigene Kniescheibe. Elton John macht Kniescheibe zu Kette.Die Geschichte hinter dem bizarren Anhänger hat es in sich. Elton John musste in den letzten Jahren aufgrund gesundheitlicher Probleme beide Kniescheiben ersetzen lassen. Auch seine rechte Hüfte wurde nach einem Sturz ausgetauscht. Aber anstatt die ausrangierten Körperteile einfach zu entsorgen, hat der Superstar offenbar beschlossen, daraus etwas ganz Persönliches zu machen. Eigentlich ist das Einzige, was mir noch bleibt, meine linke Hüfte. Aber ich bin noch da. Und ich kann euch nicht genug danken. Ihr seid die Menschen, die mich hierher gebracht haben, erklärte der Sänger über seinen gesundheitlichen Zustand.